Hallo, ihr fantastische Menschen da draußen. Willkommen zu einer neuen Retropanda-Quätsich-Folge. Heute habe ich euch wieder zwei Zuschauerwünsche mitgebracht. An dieser Stelle vielen Dank an euch beiden und auch an viele andere, die hier immer Wünsche äußern. Ich versuche immer alles so ein bisschen nach und nach abzuarbeiten. Wenn ja auch irgendwelche Wünsche zu irgendwelchen Spielen, die entweder super hart sind oder einfach nur schlecht sind, weil sie schlecht programmiert sind oder ähnliches, dann haut es mal ab in die Kommentare rein. Egal ob 8 oder 16-Bit, egal welches System. Irgendwann schaue ich mir die sicherlich einfach mal an. Und hier der erste Wunsch ist von xBlade2.1, muss ich leider ablesen, den Namen. Und zwar ist es Jelly Boy. Es ist 1994 bei uns exklusiv in Europa erschienen, gepublished, ihr seht es oben, von Ocean. Die haben ja schon mal nicht so oft so die ganz geilen Spiele. Ich drücke es mal so vorsichtig aus. Aber gucken wir mal, in welche Kategorie das hier geht. Also wir haben jeweils eine Oberwelt. Und die Musik ist eigentlich gar nicht so schlecht, okay. Das Spiel ist übrigens auch auf dem Super Nintendo und auch auf dem Mega Drive erschienen. Und irgendwie sieht das vom Stil her auch so wie so ein bisschen wie mittleres bis schlechtes Super Nintendo Spiel so ein bisschen aus. Okay, unser Skateboard haben wir gleich wieder verloren. Unsere Waffe ist das hier. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Eine Faust, die aus dem Bauch herauskommt, die gefährlich nah an anderen Bereichen wäre. Also wäre sie auch nur so etwas niedriger, wäre das Ganze dann durchaus etwas sehr Besorgnis erringt. Der Schwung, ja, wie ihr seht, könnt ihr sehr hoch springen. Was natürlich auch dann sich so ein bisschen schwammig anfühlt. Oh, Alter, sieht das Zeitlimit da oben? Ähm, ich quatsch hier und wir haben hier ein echt krasses Zeitlimit von nur noch 5 Sekunden. Was? Äh, Toy World. Did you know oranges and lemons give you extra time? Okay. Ah, okay. Ich soll hier also Orangen und Zitronen einsammeln. Die geben ihr extra Zeit. Warum auch immer, ähm, klingt schon mal nach einem super Konzept, dass ihr ja super knappe Zeit habt, ne? Okay, Toy World. This is a puzzle piece. You need six to activate the boss door. Look for the rest in each location. Okay. Anscheinend müssen wir diese, ähm, sechs von diesen Puzzleteilen einsammeln, damit wir dann zum Schluss wahrscheinlich hier den, den Boss erreichen können. Alter, diese Zeit da oben. Das, das geht mir jetzt schon auf den Keks, ehrlich gesagt. Weil, falle ich jetzt nehmen? Tatsache. Ähm, ich habe ja hier so ein bisschen geredet und so, ne? Aber, ich, ich habe doch jetzt nicht so arg getrödelt, dass ich jetzt so viel Zeit verloren hätte. Also, ich, ich bin gerade echt verwirrt, wie, wie, wie krass dieses Zeitlimit ist. Vor allem, wenn ich dieses Puzzleteil da irgendwie einsammeln will, dann muss ich ja anscheinend dafür einen gewissen Umweg machen. Ja. Und, ähm, da sind zwar ein paar Orangen, aber die bringen ja irgendwie, was war es, zwei oder drei Sekunden. Also, das ist auch nicht die Welt. Ach du Scheiße. Also, gefühlt ist euer Gegner hier definitiv eher die Zeit und nicht die Gegner an sich. Okay, hier oben sind keine Orangen. Ach, das eine. Gucken wir mal. Okay. Von 17 auf 22, also, ähm, fünf Sekunden bringt das. Also, ihr müsst anscheinend wirklich, denn diese Orangen hier, das ist, das ist euer Ziel Nummer eins in den Leveln. Da habe ich jetzt schon keinen Bock drauf. Ich, ich mag es ja sowieso nicht, diese, dass das Spiel irgendwie ein Zeitlimit haben. Das wurde ja, das wurde ja auch nicht umsonst im modernen Spiele-Design, ich sag mal, nicht so wirklich übernommen. Ich habe das Puzzleteil, kann ich da nicht, und immer von ganz vorne, immer von ganz vorne. Ey, ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Also, das Spiel setzt auf jeden Fall die Schwerpunkte falsch. Okay, ich wollte gerade sagen, ich sollte vielleicht versuchen, möglichst lang dieses Skateboard irgendwie aktiv zu haben. Problem ist natürlich, ähm, dass man hier natürlich durch die Schnelligkeit auch schnell getroffen wird. Ich schätze mal, dass diese Musiknoten, weil wenn ich Gegner treffe, dann verliere ich ja eins, dass die, äh, meine Lebensenergie quasi sind. Ja, also, Orangen bringen fünf Sekunden. Ist natürlich die Frage, ob Zitronen auch so viel bringen. Aber irgendwie fehlt das Ul... Ultra-nervig, wollte ich sagen. Also, nee. Also, man kann es schaffen wahrscheinlich, wenn man ein Level irgendwie auswendig lernt und sowas. Aber Steuerung an sich ist auch in Ordnung, ist nicht super schwammig und sowas. Aber diese Design-Entscheidung, die verstehe ich jetzt wirklich nicht. Keine Ahnung, habe ich jetzt auch gar nicht mehr Lust, das ist großartig, weiterzuspielen. Deswegen, ab zum nächsten Spiel. Dieses Spiel hat sich der Eon-Sun gewünscht. An dieser Stelle viele Grüße an dich und vielen Dank. Und zwar Waze Driving. Das Spiel ist auf diversen Plattformen erschienen und unter anderem auch auf den Super Nintendo. Und irgendwie auf den anderen Plattformen, habe ich mal so ein bisschen kurz in die Bewertung reingeschaut, ist es, hat es wirklich sehr, sehr viel besser abgeschnitten. Und hier, ich ganz ehrlich, wenn ich, ähm, mir dieses Demo unten da gerade, oder an der Seite von mir ansehe, dann ihr merkt schon, wie sprachlos ich bin. Also, uns erwartet hier wahrscheinlich irgendwie ein 2 Frames per Second Rennspiel. Ist auf jeden Fall 1992 erschienen. Und ich würde sagen, gucken wir mal rein. So, also ich würde sagen, auf jeden Fall, ähm, ein Automatik, da ich keinen Bock habe, hier jetzt auch noch irgendwie mit, mit, mit Schalten irgendwie rumzugucken. So, was haben wir hier? Autocross, super Stunt. Also, ich habe ja damals auf den PC damals Stunts hoch und runter gespielt. Das sah so eh nicht aus. Das lief jetzt nicht super, super flüssig, aber es lief flüssig genug. Das war da auch so diese Polygonen-Grafiken wie das hier damals. Und das hatte als Besonderheit, dass man da nämlich selber Strecken bauen konnte. Und wie der Name schon verrät, Stunts, ähm, viele von euch kennen das Spiel wahrscheinlich noch, man konnte dann auch so Loopings und sowas bauen. Das war richtig, richtig gut. Deswegen würde ich sagen, machen wir hier mal einen Stunt-Track. Und mal gucken, ähm, wie es läuft. Ähm, ich gucke einfach mal. Okay. Wo gebe ich Gas? Okay, hier gebe ich Gas. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Guckt euch das mal an. Hey, wir haben so ein Replay. Ähm, wenn bin ich da jetzt so schnell irgendwie rübergefahren? Der Flug, der war irgendwie gefühlt sehr, sehr lang. Ach du Scheiße. Also, man könnte fast sagen, das ist quasi wie so ein rundenbasiertes Rollenspiel. Und, und? Ich bin wieder zu schnell, ne? Ich bin wieder zu schnell. Ey, so schlimm ist das doch gar nicht. Ähm, also, es gibt ja rundenbasierte Rollenspiele. Ich glaube, das ist ja so, wie das hier läuft, ein rundenbasiertes Rennspiel. Halleluja, bin ich sprachlos. Guckt euch das mal an. Vor allem, man kann doch nicht mal irgendwie vernünftig lenken. Jetzt bin ich wieder, ich bin wieder zu schnell, ne? Ich lerne es aber auch nicht. Weil, so, mein, mein Gehirn sagt, da ist eine Sprungschanze. Ich sitze in einem Auto. Ich muss Gas geben, dass ich da auch vernünftig rüberkomme. Okay, so. Alles klar. Wir fahren jetzt hier mal mit so, sagen wir mal so 50 Miles per viel zu langsam. Nicht mal ansatzweise. Ich glaube, da braucht man jetzt viel Try und Error, bis man die richtige Geschwindigkeit irgendwie rauskriegt, oder? Aber, sagen wir es mal so, das Spiel tut jetzt nichts dafür, dass man das auch wirklich will. So, das gucke ich mal. Ich gucke jetzt mal so mit 80. Ich habe es geschafft. Ich habe es geschafft. Also, 80 Miles per hour passt. Okay. Oh, die Steuerung. Dadurch, dass das so ruckelig läuft, ist die Steuerung halt wirklich beschissen. Ich wollte gerade sagen, fahren wir zwei Runden mit dem Looping. Da musst du ja schnell sein, logischerweise. Damit man natürlich da Gravitation trotzen kann. Alter. Game over. Oh, das ist jetzt aber schade, dass wir jetzt schon Game over haben. Ich hätte ja noch so gerne hier das weitergespielt. Oh, ich habe hier sogar anscheinend einen Highscore. Für was auch immer. Also, es kann definitiv nicht an meiner Leistung. Ja, okay, Panda B. Ja, 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 komm. Ähm, ich will noch kurz einen anderen Spielmodus antesten. Ja, so. Okay. Also, da haben sie sich echt nicht, ähm, ich versuche mal hier mal so einen Worldstar. Da waren sie, glaube ich, ähm, echt zu, zu optimistisch, das einigermaßen auf den Super-Internor portieren zu können. Ich schätze mal, es wäre mit dem Super-FX-Chip vielleicht irgendwie besser geworden. Ach du Scheiße, jetzt muss ich ja auch noch schalten. Ähm, äh, wie schalte ich? Okay. Ah, okay, mit X schalte ich. Ist man auch ständig dran, ähm, hätte man auch mit den Schultertasten gut machen können. Okay, das läuft so etwas besser, aber man kann nicht wirklich präzise lenken, da man natürlich durch diese Verzögerung dazu neigt, ähm, zu, zu, zu überlenken, zu übersteuern. Und, ähm, Full wird angezeigt. Ich muss sie auch noch tanken. Okay. Ohne Witz, ich glaube, das ist wirklich das schlechteste Rennspiel, was ich auf dem Super-Internor gespielt habe. Ich will damit nicht ausschließen, dass es nicht noch schlechtere Rennspiele gibt. Aber, das ist ganz vorne mit dabei. Also wirklich ein, ein würdiger Kandidat, ein guter Wunsch für diese Serie. Vielen, vielen Dank für diesen Wunsch und ich hoffe, ich konnte euch mit diesen beiden Spielen so ein bisschen zumindest Freude irgendwie vermitteln und schön, dass ihr reingeschaut habt und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, egal was ihr noch vorhabt, ihr Lieben. Tschöö! Tschöö!